Boarding für den Flug 2018 Das Gepäck sollte nur die besten und schönsten Erinnerungen aus 2017 enthalten. Die schlechten und traurigen werden aus Sicherheitsgründen vorher automatisch entsorgt. Die Flugzeit beträgt 12 Monate. Schnell dich an, denn es könnten auf diesen Langstreckenflug einige Turbulenzen auf dich zukommen. Ansonsten genieße deinen Flug. Die nächsten Zwischenstops werden Gesundheit, Frieden, Glück und Liebe sein. Ich wünsche dir einen angenehmen und ruhigen Flug durch das neue Jahr 2018. Untertitelung des ZDF für funk, 2017